herzlich willkommen liebe freunde zur dritten mission der kampagne an die waffen von stronghold crusader heute mit einer map ja mission 3 antiochia die gegenbelagerung die erste map jetzt in dieser kampagne die nicht von karl oder einem anderen mappersteller modifiziert wurde das ist jetzt quasi content der vom spiel so ausgeht ich würde sagen fangen wir an antiochia ist stark und schwierig anzugreifen glücklicherweise haben die kreuzritter einen spion in der stadt er sorgt dafür dass ein stück des wals unbewacht bleibt so dass die kreuzritter die stadt durch das sankt georgstor einnehmen können eine große türkische armee ist auf dem weg schützt die stadtmauern und bemannt die türme alle versorgungs- und handelswege sind abgeschnitten ihr braucht einen starken glauben um antiochia halten zu können vor allem starke produktion an waffen schlecht ist vielleicht besser so setzt kapellen und halberationen um nahrung zu sparen haltet eure bevölkerung relativ gering sonst wird es schnell an nahrung malen setzt bogenschütze und schwertkämpfe ein um eure burg zu verteidigen ok pause dann schauen wir einfach mal rein ja diese mission ich erinnere mich so wir haben hier ein bisschen grünland aber das können wir glaube ich gar nicht verwenden doch können wir können äpfel anbauen aber der korn sprechen ist halt dahinter natürlich direkt das nicht dort platzieren mein ort genügend obst farmen also genügend ist schwierig gesagt aber wir bauen erst mal obst war das wollte ich sagen so holz auch natürlich auch viel und auf eisen möchte ich jetzt auch nicht verzichten da oben kann man eigentlich auch bogenschützen gut drauf stellen ihr könnt auf uns zählen ein weiter weg die können höhenvorteil gut nutzen was haben wir noch sonst haben wir gar nicht so viel wir benötigen holz ja schwertkämpfer werden kann ich den markt nein aber ich kann keinen marktplatz bauen na gut dann bringt jetzt mal schnell holz rein freunde gehen wir allzeit bereit ok na gut schauen wir mal was wird ich kann ja auch gar keine steinmauern bauen tja aber wenigstens kann ich noch ein vorratslager dran setzen das ist doch hübsch halberation ist schon ganz ehrlich wenn ich plus acht religion habe kann ich ja sogar unsere lebensmittel vorräte schwinden dahin komplett ausmachen ehrlich gesagt das volk huldigt euch seien wenn ich bei diesem bevor ich muss ich muss leider noch eine hütte bauen es geht nicht anders ich muss schon noch mal auf eine hütte gehen gerade wenn ich jetzt halt schwerter anfangen möchte zu produzieren akuma war wie sich das ja ja gut dann ist halberation schon in ordnung geht es nicht anders wo ist die waffenkammer gibt es noch keine so dann sorgen wir mal dafür dass hier relativ nah die produktion ist am vorratslager so eine kleine gruppe arabischer truppen befindet sich auf dem weg zur burg das ist sehr schlecht haben wir noch ja die bogenschützen da es kommt darauf an wenn die von da kommen da könnte ich die gut abschießen wenn die von da kommen muss ich mich zurückziehen ok ich lasse sie mal da stehen dann kann ich schnell entscheiden bogenschützen bereit wo ich die hinschicke womit kann ich dienen und weiter sonst verteidigt erst mal gleich auf den türmen aber die arabischen streitkräfte greifen an und da oben ein bogen ist euer nennt euren wunsch ok jetzt man ist dort alles viel zu lang greift ja an die er die beseitigt sind aber natürlich gut ist halt nur diese zwei arabischen damit kann ich dienen das kann ich das kann ich wohl gut abwehren also das sollte jetzt gehen genau eine bogen produktion wäre jetzt noch gut da hätte ich eigentlich mindestens zwei von am liebsten das volk huldigt euch sei er könnte sogar steuert unsere schatzkammer lehrt sich warum nicht so ok habt ihr das gehört irgendein gebäude wurde zerstört oh lol nein sind auf dem weg nein oh mein gott das habe ich gar nicht mit ja und jetzt löst er sich natürlich auf boah das war jetzt gemein wir benötigen holz das ist ja mies eure beliebtheit sinkt dann habe ich gemerkt wir haben erstmal noch genug eisen aber es ist ja schon wir sind bereit seid gegrüßt mein so die die ja die schwertkämpfer lasse ich natürlich jetzt in der burg drin haben falls sie dann doch irgendwo durchbrechen habe ich ja noch mal was so wohl kalt bin zur stelle rücken aus ja sind auf dem weg bogenschützen bereit in bewegung tja und mehr bogenschützen bin zur stelle mein bogen ist euer mein herr rücken aus ich verteile die erstmal ein bisschen weil ich grad nicht so richtig einschätzen kann ähm wo ich die brauchen könnte ich kann es ja nochmal umverteilen das ist zum glück nicht so schlimm das volk liebt euch malort unsere lebensmittel vorräte wachsen seier kann ja nichts verkaufen also das volk liebt euch malort ich könnte noch eine ja warte mal ich könnte den religionsfaktor noch mal ein bisschen erhöhen wir sind bereit wir sind bereit das ist schon okay und ich brauche viel holz das ist sehr viel mehr holz sogar stell ich grad fest wollen wir noch eine zweite das müsste dann eigentlich reichen für meine produktion an waffen man könnte jetzt wahrscheinlich noch wenn ich das hier weg holzen würde den obstgarten hier um platzieren könnte würde ich wahrscheinlich noch mal platz führen sogar noch einen fünften obstgarten also so ist ziemlich traurig bin zur stelle eure befehle bin zur stelle sind auf dem weg jetzt haben wir überall so ein bisschen verteilt bogenschützen bereit rücken aus sind auf dem weg ok wir sind bereit eure lordschaft ich muss sagen als kind habe ich diese missionen nie so wichtig gespielt also wirklich liebt euch malort sehr sehr selten gespielt und ja ich könnte mit den steinen die türme reparieren hm ich weiß aber gerade gar nicht ob ich das wirklich will wie gesagt als knirps habe ich die nie so richtig gespielt aber jetzt wo ich letztes jahr corona hatte habe ich mir dann mal die zeit genommen in bewegung und habe mich dann mal mehr damit auseinander gesetzt mit diesen kampagnen hat jeder mal alle durch gespielt muss ich sagen da ist schon echt ein bisschen was an mir vorbeigegangen also wir benötigen steine boah shit ich hätte das für das torhaus verwenden sollen das ist fast weg gut dass ich jetzt die lanzenträger noch dort habe die das verhindern könnten so drei bogen produktionen das muss wirklich lang ich habe noch einen bauern übrig das volk liebt euch malort gut unsere lebensmittel vorräte schwinden dahin euer gnaden rechte genahrung ist auch ganz gut aktuell das kriegt man glaube ich ganz gut hin bin zur stelle eure befehle sind auf dem weg ich glaube von hier oben kommt auch noch mal ein angriff da muss ich echt vorsichtig sein jetzt habe ich das so bescheuert hier platziert dass ich da nix weg bin zur stelle bin zur stelle in bewegung bin zur stelle rücken aus sind auf dem weg ich schätze mal mit einer richtigen masse an bogenschützen kann man das wahrscheinlich ziemlich easy schaffen die mission aber es gibt schon einige wirtschaftliche einschränkungen das muss man schon sagen das volk huldigt euch sei jetzt ist richtig gut wachsen stetig sei ja kann ich jetzt sogar auf dem steuern bis fliege bin zur stelle bogenschützen bereit in bewegung ja wie gesagt wenn dann die gegner aus der richtung kommen kann ich dann nochmal um verteilen die bogenschützen das geht ja schnell muss dann nur schnell genug reagieren mit holz haben wir jetzt auch gut angespart das heißt wir können dann nochmal meinst du gleich muss das echt nochmal preis was triggert mich ins zehen einige abgelegene dörfer haben arabische soldaten in diese richtung marschieren sehen andererseits ich kann gar nicht diese zweite mine besetzt nicht du liefern weil ich bin so blöd wir sind wir sind das war ziemlich dumm von mir mein bogen ist euer mein herr rücken aus so ja ich denke wir haben da jetzt paar ganz gute bogenschützen am start von der von der menge her bin zur stelle eure befehle sind auf dem weg bin zuversichtlich dass wir es eigentlich schaffen sollten bin zur stelle die arabischen streitkräfte greifen an wieder von da oben gut ja in bewegung bogenschützen bereit mein bogen ist euer tja gut die eisenminen die kann ich schnell neue nachbauen das sollte jetzt weniger das problem werden darf uns zählen wir begibt euch mal entdeckung hier in die ruinen bin zur stelle kuten meine hart sei rücken aus eure befehle wenn man die welle ja ich glaube dass wir eigentlich ganz gut hin bogen schützen das größte problem bin zur stelle ja sind auf dem weg bin zur stelle bogenschützen bereit mein bogen ist euer wohin gehen wir sehr wohl mein herr und knobbeln aus und weiter naja gut die lasse ich einfach abschießen das wird schon bin zur stelle mein herr ich sage eure befehle ist schon heute nutzt sich selten die mauern ehrlich gesagt zur besatzung stelle oder für die bemannung das gefühl meine bogenschützen so relativ schlecht ausgewählt aber gut ich nutze auch den ocp also kann auch einfach sein dass es daran liegt wir haben den feindlichen angriff überlegt wir haben den feindlichen angriff überlegt alter das hat jetzt noch mal tribut gekostet aber 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 ich glaube die darf ich zählen die darf ich da jetzt nicht weg bewegen vom torhaus bin zur stelle das sind jetzt meine torhaus wachen bogen schützen bereit so mein bogen ist euer dann verteilen wir hier nochmal ein bisschen bauen nochmal zwei ihr könnt das nicht dort platzieren mein lord eisenminen nach holz haben wir ja genug dafür ok bin zur stelle mein herr sind auf dem weg das wird definitiv nochmal aus dem norden in angriff geben von dem weg weiser garantiert ich denke zwei angriffe werden es noch sein so pass auf jetzt kommen wir hier noch ein obstgrad bauen und da perfekt so und wir bauen uns noch eine weitere eisenproduktion weil das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu wenig an schwertkämpfern bin zur stelle bin zur stelle bin zur stelle in bewegung ja rücken aus bogenschützen bereit ok ja ich denke das sieht mein bogen ist euer soweit ganz gut aus mein herr sind auf dem weg bin zur stelle eure befehle in bewegung ich mag die map ich mag auch diese kleinen missionen die sind eigentlich ganz hübsch gestaltet auch klar man kann das sicherlich noch ein bisschen hübscher machen gerade jetzt wo ich die letzten zwei missionen von karl gesehen hatte der die ganzen maps ja noch mal ein bisschen reworked hat nicht nur vom gestalterischen her also vom aussehen her sondern auch vom ja vom inhaltlichen her also von der art und weise wie er die mission aufgebaut hat und so weiter schon sehr sehr cool gemacht muss man einfach sagen und bin zur stelle bin zur stelle ich würde mir ich hoffe wirklich dass er noch mal die anderen missionen auch noch mal so bearbeitet es gibt noch eine weitere map hier überarbeitet hat nämlich book bell war von einer der anderen kampagnen ich komme gar nicht auf den namen auf dem weg welche kampagne das jetzt konkret war ich glaube die die kampagne der kreuzzug des königs was wir auch noch spielen werden ist glaube ich die dritte kampagne da hat er die burg bell war gemacht und da hat utwin zum beispiel auch schon die karte gespielt und ja das hat er mit holz zum lager und dann lassen wir ihn noch geht zur arbeit also die burg bell war mission werde ich wahrscheinlich auch spielen aber dann halt erst später wenn es soweit ist ist da wieder ein kleines schmankerl ja wo setze ich dich jetzt noch hin und dahin in bewegung menschen bleiben denn die rüstungen meine mir ist klar dass so eine rüstung wahrscheinlich länger in der produktion ist als so schwert aber eure befehle dürfte jetzt ruhig mal ein bisschen schneller gehen steigt bin zur stelle rücken aus zwar schon drei schwert und keine rüstung bro stop it wir warten jetzt auf rüstungen sind auf dem weg so da haben wir es auch schon wir sind bereit wir stehen zu diensten bogenschützen bereit in bewegung mein bogen ist euer okay ja gut ich glaube das ist jetzt so eine gute verteidigung hier ich glaube sehr viel mehr power mein herr sagt er und bildet trotzdem weitere bogenschützen rücken aus eure befehle tut mir leid wenn ich so ein bisschen verstrahlt wirke liegt der daran dass ich gerade aufgestanden bin ich bin zur stelle bin zur stelle aber ein bisschen strong crusader am morgen da kann man ja nichts gegen sagen in bewegung wie ich finde interessant ist hier so ein kleiner durchgang das ist echt cool das volk das volk huldigt euch seien das volk wir sind bereit zur stelle was wünscht ihr bogenschützen bereit rücken aus mein bogen ist euer hey wo ist denn meine wo man hier keinen stein abfahren kann um hier ein bisschen auszubauen diese burg das ist halt nur auf diese dieses quadrat hier beschränkt das ist ein bisschen schade ich glaube hätte man jetzt hier karl oder jemand anderen der gute maps bauen kann herangelassen der hätte hier ein meisterwerk hingesetzt das problem ist wenn ich zum beispiel das girmisch spiele ich tue mich auch schwer coole kreativen bogen zu bauen eine große arabische streitmacht auf uns zu marschiert in bewegung also ich tue mich da auch echt schwer hübsche burgen zu bauen und das hübsch zu gestalten und so das ist auch nicht so mein ding muss ich sagen aber ich wünschte ich könnte das so aus dem aus dem ff einfach so eine richtig geile burg bauen die sache ist es sollte eigentlich ein feature geben was mir hier so ein bisschen fehlt und zwar dass man so eine Art blueprints ins spiel integriert so ein blueprint editor wo man eine burg vorbauen kann und so ähnlich wie ein KI editor und dass man dann halt ähm ja die dann im skirmish match abrufen kann dann wird die auf dem boden platziert per farbe und dann kann man die einfach auf die burg so schnell nachbauen das fände ich richtig geil also das wäre so ein ding das fehlt mir irgendwie so ein bisschen bin zur stelle mein bogen ist euer mein herr in bewegung rücken aus ich denke gut das eisen verliegt als zwar aber ich habe so viel bogenschützen ist das jetzt schon der letzte das schon der letzte angriff 14 vom norden kam absehlen gar nicht das finde ich echt schlimm bin zur stelle sind auf dem weg ja in bewegung rücken aus sind auf dem weg bogen schützen bereit in bewegung die männer hier nach mein bogen ist euer ring mein herr rücken aus wir sind bereit wir sind bereit bin zur stelle erkunden eure befehle die arabischen schwertkämpfer hat jetzt natürlich deutlich mehr aus das macht es schon deutlich schwieriger das heißt sie werden auch wahrscheinlich gleich durch das tor aus hier durchkommen wir sind bereit eure los so wie es mal einschätzen bin zur stelle es werden rekruten benötigt sein bin zur stelle sind auf dem weg in bewegung wir folgen euch herr bin zur stelle kann sie nicht mehr abbreisen wir stehen zu diensten ausfall greift an brüder und los nieder mit ihnen stecht diese heiden ab oh shit oh das ist ein problem mein bogen ist teuer gespannt alter mein herr rücken aus sind auf dem weg mit zwei sollte der lord ja eigentlich fertig werden ist bezwungen tricky tricky wenn das mehr gewesen wäre hätte ich jetzt ein problem gehabt der hätte ich ein problem gehabt jetzt aber gut den lord hätte ich das dazu getraut dass er zwei drei arabische schwertkämpfer schafft also okay gut dann danke ich an dieser stelle für's zusehen in der nächsten mission spielen wir das charakter Chevalier die belagerung von arca und ja vielen dank fürs zusehen macht's gut bleibt gesund lasst gerne abo und ein like da wenn es euch gefallen hat und ciao